Schöner können Sie Ihr Sternzeichen nicht in Szene setzen als mit diesem Schlüsselanhänger. Das Tierkreiszeichen im Inneren des Kristallglasquaders ist mit Lasertechnik eingraviert. Der Effekt ist faszinierend. Das Bild wirkt dreidimensional und scheint im Quader zu schweben. Der Clou zeigt sich aber erst, wenn man den Zylinder am Anhänger dreht. Dann erstrahlt das Sternzeichen in geheimnisvollem blauen LED-Licht. Pearl liefert die Schlüsselanhänger in einer schönen Box. Das wäre doch einmal eine prima Geschenkidee für Ihre Lieben.